Wir freuen uns, dass ihr von euch eingeschaltet habt und uns auch sehr freundet habt, wenn ihr so gut werdet in den Subscriber-Done anklickt und uns eine WhatsApp-Nummer vielleicht mal abschreibt und uns mal Audio-Schatten, Videos, Bilder, sodass wir gerne ein Sehen sehen können andere Menschen, die da dort, wie da dort für die Kamera stehen und Gott loben und preisen. Von euch habe ich ein schmuckiges Video, dem habe ich geschrieben von Reinhard Sowazje von Philadelphia mit seinem Friedhof bei der Leife. Der hat ein Drama gemerkt, der hat den Fan graviert und der wollte jetzt mal ein bisschen Drama verspielen und dort mal ein bisschen klar merken, was der barmherzige Samariter ist. Wie kennt ihr die Geschichte von der Bibel, nicht? Der barmherzige Samariter. Lukas 10, datig bett, 7 datig. Der Gesatzlehrer, all der, sei ein glücker Mensch, frühe Jesus eines Deus. Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Wer ist mein Nächster? Wir freuen uns mit Unja, wer ist unser Nächster? Und jetzt wer der Nächster ist? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Das sind zwei Städte in Israel. In der Städte sind ungefähr 30 Kilometer neun. Die Geschichte verteilt Jesus diese Schriftgelehrte, die ganz klüge Menschen. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, die schlugen ihn zusammen. Der Räuber sagte ihm, er verfolgt diesen Mensch und dann sagte sie ihm, was er verkehlt. Dann sagte sie ihm alles weischt, was er hat. Dann sagte sie ihm, wenn er da verdäut im Groben liegt. Ich stelle dir da mal vor das Bild, und unser Bruder Peuter Leive, der wurde uns heute hier mit den Ferspielern. Dann kann ich das mit Gesäunen, wenn er uns die Fersicht gelohnt haben. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite vorbei. Aus der Prediger, dem du der Mensch dort leistest, dann geht er noch wieder rum, weil er dem nicht du dich behehrt. Ich stelle dir mal vor, ein Prediger, der soll dort Futschern gehen und nicht halten. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Ich stelle dir auch ein Tempeldiener, der in der Kirche arbeitet, sondern wird vielleicht ein anderes Kirche arbeitet. Das kann ich auch sagen. Da ich die Stadt mir benehmen, da ich mein Leben Jezus geben, da ich dir omen helfen. So sagt ich immer Frau und Prageren, die wollen omen Menschen helfen. Er sah zwar den verletzten Mann, er sah auch den verletzten Mann und da liegend. Aber er blieb nicht stehen, er bleibt auch nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Ich tue wieder rum. Das ist der zweite Worte für mich. Und der, das soll ein Christ sein. Oder ein Christ, das wäre geläubt, die Menschen. Da sind nichts mit dem Messer. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Da kam der Samariter. Dort, wir sind Verachter. Dort, wir sind ein omer Lump. Zum Beispiel ein omer Lumpen an der Knie. Wie soll er anheuern? Der kam der auch vorbei. Und sagte ihm der auch, Messer, Dutlegge. Und weißt was er, er ging zu ihm. Er ging nicht nur dem. Er hat ihn behandelt. Er hat ihn ein bisschen uilever, ein bisschen winder ever, damit die Wunden ein bisschen heulen können. Dort hat er Jans ja, was er in die Gesellschaft geläubt, dass wir ein dummkopp, dass wir ein füller Lumpen. Der hat den omeren Mensch. Dann hat er auch noch, ich wollte mal lese, dann holt er ihn auf seinen Reittier, ab dem Müller-Wemmel, ab dem Esel. Dann hat er ihn da noch. Dann braucht er dem nur ein Hotel für den Tiet. Nur eine Städte, wo er schlippen kann, braucht er ihn da rein. Ein kranker Mensch verkeilt, deshalb braucht er ihn da rein. Der Bede, geläubt die Menschen, da hat er nichts mit ihm. Den nächsten Tag muss er wieder reisen. Dann sagt er zu dem, als er im Hotel wohnt, er sagt, ich gehst noch was Geld, ich will ihm das Geld geben, dann kann er das brücken, was ihm noch mehr fehlt. Ich war ein paar Tage wieder, wo ich zurückkomme, und dann wo ich, da wo ich doch betohle, wenn er noch mehr hat, betohle es. Es steht nicht für ihn, dass dort zu arbeiten. Es steht, weil Gott hat er auch das selbe tun. Es steht, dass Gott gesagt hat, wie sollen andere Menschen helfen. Er hat uns von dir auch noch ansparen, weil die Geschichte, die ich in der wurde, wo es sein wird, an die Brüder gemerkt haben. Wer hat dem Menschen recht behandelt? Gott fragt diesen klüken Menschen, was er weit gelebt wird. Er fragt, wer hat er besser behandelt? Dann sagt er, der Jans, der dem die Hilfe hat. Der Jans, der dem du dein Eil geben, indem du die Wunde besorgen, indem du ein Hotel bringen, das ist der recht. Dann sagt Jesus zu diesem sehr klüken Menschen, dann geh und du es selbst hier. Das sagt er nun auch zu uns. Nun muss ich dir auf mein Leben etwas zu hören, ansparen und mitmachen, so dass du und ich, weil wir seine arme Menschen sind, dass wir nicht auch vorbegehen werden. Weil wir wollen helfen, dass Jans hier wird dir helfen werden. Und wir haben viele von uns, die hier werden dir helfen werden. Weil wir das mal zu arbeiten. So, nun wird mir nach dem Gefallen, und dort nach dem Peter Leuwe, mal checken, was er hier unten hat, was er in einem Video, das ich gestaltet habe, wie das ist, wann der Jans hier ist, was er da ist. Leuwe Freund, leuwe Jugendliche, ich zieh Reinhardt Savoce von Paraguay. Vondog hat ich einen ganz besonderen Mann, das ist ein Peter Leuwe. Der kann sehr gut die Geschichte erzählen. Und heute will ich die Jugendlichen ganz besonders erzählen. Erstmal, was ich heute erzählen. Und als ich heute erzählen habe. Hallo, Leute, ich sage, ich sage, jetzt sehe ich an die Wand. Aber so oft das, sie haben wie früher vollkommen zu arbeiten. Weet ihr was? Irgendwann, ich sage auch, ich sage, ich Ich lebe die Mühle. Ziemlich erwassbar. Dann werde ich irgendwie so 15, 16 Jahre alt gewesen sein. Ich will nicht ein Gouda-Jungs sein. Und meine Freunde, das wäre auch nicht sehr geschade. Da habe ich alle Hände aufgedreht. F***ing sehr weit. Da bin ich weg gewesen. Und dann habe ich da Menschen schlecht geliebt. Und auch Menschen überfallen. Ich kann heute mal ganz von einer Geschichte vertellen. Und das wie gerade so steht. Hier so auf dem Humpel. Da oben wie so der Wasch. Gerade so steht als das wie dort. Und da, wie hat er uns abgedeilt als Freund. Und ich werde diese Runde allein mit ihm nehmen. In dem Utreiber. Und meine Freundin, der da auf dem anderen steht. Und gerade so stünde ich auf dem Humpel. Und da oben kam ein Mann. Mit seinem Piet. Und dann mache ich mich ab. Schläge mich hier in den Wasch. Hier kann ich kommen. Hier kommen. Und dann schlug ich ab dem Humpel. Bet der Rohverfall. Ein Lach in sich schrelt. Die Lachter abgehört. Wo er wieder nach Hause ist. Dann habe ich mir gesagt. Was hast du hier alles mit? Was ist das alles? In dem Monde Lachter entstehend. Ein König geschätzt was sei. Und ab einmal hielt ich bloß wieder nach sich. Nimm das alles mit. Na nee. Wir nehmen einmal einmal einen Teil mit. Und dann mache ich die Tasche ab. Und da wäre eine komische Rolle geworden. Dann frag ich ihm. Was ist das für Rolle? Und dann sag ich. Wanker sie. Dann nehme ich eine Rolle. Und ging einmal bei den Dichtern an den Arm. Und frag ich ihm nochmal. Du. Was ist das für Rolle? Dann sag ich da. Das ist aus dem Gesatz. Aus der Schrift. Hä? Schrift? Gesatz? Niemand wird davon gehört. Dann sag ich da. Das ist das, was der Läuwe Gott uns sagen will. Hä? Dann soll er mir einmal etwas verlesen. Weißt du. Ich wollte nicht sagen. Wie die Schulbildung. Das mit dem Lesen dauert immer sehr schwer. Und wenn du in dieser Zeit mit etwas anderes beschaffst. Als mit geschäden Sachen. Kann ich nicht gut lesen. Dann sage ich den Mann. Hier. Les mich mal etwas verlesen. Dein Name der Roll. Dann lass er mich etwas verlesen. Und weißt du was? Jetzt habe ich mich dort hierhin. Auf meinen Tabletten abgebakt. Woran ich ein Tabletten habe. Das wollte ich ihn noch sagen. Dann lass das Mann verlesen. Du sagst den Haar dienen Gott leuwe. Von ganzem Hort. Mit deiner ganzen Seil. Und mit all deiner Kraft. Und mit wieder. In einem anderen Kapitel. Lass er auch noch. Du sagst deinen Nächsten leuwe. Gerade so als du dir selbst leuwe. Hä? Sag ich mich so. Aber was? Das. Das sind die meistens nicht. Dass wir dem Nächsten sein leuwe. So als uns. Wie jenen überfallen dem. Und wir schlagen zu den Menschen. Na ja. Ich sage mir so. Hier ist nichts zu holen von dem Mann. Ich leute mit all seinen Sachen. Häft auf. Ob er diese wird. Von diesem Mann. Da leute ich mich nicht hoch. Du sagst dem Gott. Von ganzem Hort leuwe. Du sagst dem Nächsten so leuwe als dich selbst. Das dreht mich immer am Kopf. Das wartet plötzlich los. Irgendwann. Dämmert mich dort. Dachte ich so. Mensch. Vielleicht soll ich das mal überprüfen. Dem Nächsten so leuwe als mich selbst. Das wird die dann endlich. Nicht mehr die Menschen. Schlaßlieren überfallen. Ah. Na ja. Aber meine Freunde. Das will ich auch alles tun. Nee. Das wird nicht klappen. Das wird nicht schaffen. Ja. Aber das leuwe mich nicht. Dann sieht mich so. Irgendwann ein Zimmer ins. So. Nu schlaß. Wo ich das nicht brauche. Von dann an. Da er tue. Da er tue. Da er die Scheunenmeier überfallen. Die Scheunenmeier mit Land. Weil ich das brauche. Ich brauche dort. Ich brauche dort. Was der Mann mich da vergelöst hat. Und er tue mir eine Arbeitstätte. Am Anfang dachte ich schwor. Viele tue mir. Weil dann ging ich zum Bett wieder. Und dann fang ich das in ein Restaurant. Und da frag ich dem. Eindäumer. Hast du dich mit Arbeit für mich? Wahrscheinlich hat der Mann mitleidt mit mir. Der sagt mir doch mal an. Dass das in letzter Zeit nicht sein. Er hat. Aber die frucht ihm die Leute. Nicht, was als Ferien er getan hat. Eindleid. Aber die gaufe mir Arbeit. Die ist kurz. Die kann ich da Fläuer waschen. In der Däsche aufwaschen. Im Restaurant. Und dann, als er sagt. Na ja. Von diesem Meil kann das noch was geben. Dann lädt er mich mal zu sein. Deswegen habe ich hier ein Tablett. Und da häng ich. Auf dem Tablett. Da habe ich mich dort noch abgeschrieben. Und da habe ich noch abgeschrieben. Und da habe ich mich verloren. Und da habe ich dort nicht verjagt. Früher. Als wir immer so an die Streifzüge machen. Und Menschen hier fallen. Da habe ich immer die Schneppels mit. Aber. Dort steht es vorbei. Jetzt habe ich eben mein Tablett mit. Und da habe ich mich mit. Und da habe ich mich mit. Nein, nein. Keine Angst. Und. Und. Dann war ich mal so. Und eines Tages. Als ich war bei Arbeit. Und. 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 Ich verstanden. Wenn ich will es nicht, ist, dass der. Olle Freund mir doch sagen. Und wenn es dann wurde, das ihr bestimmt war. Schach. Ich stund ihn beobachtet. Am meisten wie ich doch machen. Aber. Ich trüde mich nicht. Dann erfalle sie dem. Schlug dem durch. Oder. Was Affens fuht er nicht mit. Und legte dem zu des Lebens. Na ja. Dass ich das früher auch gedauern hab. Dann sagt er, da kommt einer, ein Priester, und sagt, er muss einen Wiedenburger an dem Raum. Dann kommt einer, der einen Tempel schafft, und sagt, er muss einen Wiedenburger an dem Raum. Und dann sagt er, da kommt ein Samariter, der wäre nicht sehr beleuchtet, der sagt Menschen, da kommt ein Samariter, dann beobachtet er, weißt, ob er etwas anheuert, oder ob er nicht etwas anheuert. Er wird sowieso ein Jahr da sein, als wenn er vom Humboldt raufkommt, aber der hält an. Wertlich, er schaut nochmals, der Samariter, der hält an. Was mein ich? Und der hilft dem, der bezieht sich dem, der hilft dem, der nimmt dem mit, und weißt du, wo er den Hahn bräuchte? In unserem Hotel, in dem Hotel, wo er einen schafft, da bräuchte Samariter den Hahn. Hier im Hotel bräuchte Samariter den vertielten Mann. Da hat Samariter mit meinem Chef geredet. Und ich sagte, da wurde er eine Stunde in Rede. Und er hat aufgemacht, dass er hier im Hotel, diesem kranken Mann, wo er gesund fliegt. Und die Samariter wurde das alles betont. Der betont ein Teil an, aber die Samariter wollte er wieder. Und dann sieht er zu meinem Chef, weißt du was? Ich komme bald, was trete ich. Da würde ihm ganz gesund machen. Holt ihn, wann ich wieder will, damit er wirklich was stört wird. Und ich betont das. Und wenn er trete kommen und da eine Rechnung aufgebläufe ist, dann wollte er auch betont. Und so passiert es dann. Der hele Dämon hier, der Samariter, der tragen wir auf. Und der Dämon war, da war es nicht so gut, dass er nicht selbstverständlich in dieser Welt. Da habe ich mehrere Nomen abgeschrieben. Da habe ich mehrere Nomen abgeschrieben. Da wird jemand eine Rechnung aufgebläufe. Aber der Samariter weiß nicht von dieser Art. Er sieht, er wird zurückkommen und wenn er betont wird, dann wird er das betont. Also ich meine, dort ist er ein Verbild. Wenn er nicht an die Nähe gedacht hat, dann weiß ich nicht. Und so passiert es dann. Der hele Dämon hier, der Samariter, der trage mal auf. Und der Dämon war stark und gesund. Und der Samariter, der stört sich gut. Der Samariter, der Samariter, der Samariter, der Samariter, der Samariter, der Samariter und der Samariter. Diese Geschichte, das ist die Geschichte, das sie vertält haben. Sie steht ja nicht in der Bibel. Aber diese Geschichte, die sie in einer Lokastin lennen, das von den barmherzigen Samaritern. Diese Figur aus Mosow, die lebt eine Bibel nicht. Da habe ich damit diese Geschichte ein bisschen interessanter gemacht wird. Nehmt ihr in der Bibel, lasst Lukas 10, und dort sehe ich dort noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo der Herr Jesus einem Schriftgelehrten verteilt hat. Der Schriftgelehrte hat nämlich gefragt, wie kann ich in den Himmel kommen? Und dann hat der Herr Jesus dem das erklärt. Und was sehr wichtig ist, der Versch steht in der 5. Mose, und du sollst, du sollst den Herrn, den Gott leben, mit ganzem Hort, mit deiner ganzen Seil, und mit deiner ganzen Kraft. Und in der 3. Mose steht noch, du sollst deinen Nächsten leben, so als dir selbst. Und ich kann nicht sagen, wenn du, wie du, Ola, dort wurde, als Nächsten so leben als uns selbst, dann würde es auf dieser Welt ziemlich anders sein. Mucht keut!